Ich will in Outlook einen Kalender für andere freigeben. Mein Name ist Pirmin Lenherr. Ich gehe wieder zum heutigen Tag, hier oben heute oder nächste sieben Tage und ich möchte jemanden einladen mit mir zusammenzuarbeiten und ich kann hier bestimmen, Kalender freigeben, was diese Person von meinem Kalender sieht. Kann diese Person meine Daten ändern, sieht diese Person sogar, was ich dann mache oder sieht diese Person nur, dass ich Termine habe. Ich gehe auf Kalender freigeben, sende diese Einladung an eine Adresse und bestimme hier das Recht, das diese Person nachher haben soll. Die Person erhält dann ein Mail und kann diese Einladung akzeptieren und hat von da an Zugang zu ihrem Kalender. Bei dieser Person erscheint dann dieser Kalender hier unten bei Andere Kalender und Sie sehen, Sie haben einen Kalender freigegeben. Nun möchte ich bei mir einen anderen Kalender sehen. Ich gehe mal hier auf Andere Kalender, mache hier einen Rechtsklick drauf, sage Kalender hinzufügen und wähle aus Adressbuch. Und hier staune ich doch einigermassen, da ist ja alles vom ganzen Kanton, da sind sämtliche Kantonsangestellte drin. Wenn ich hier nun mal jemanden suche, Sommerhalder Sarah, Doppelklick darauf, okay, dann sehe ich, wann Sommerhalder Sarah gebuchte Termine hat. Ich sehe zwar nicht, was sie hier gerade plant, aber ich sehe immerhin, wann sie Termine hat. Ich kann diesen Kalender rechts daneben stehen haben oder bei diesem Pfeil auch in meinen Kalender integrieren, so sehe ich immer, wann Sommerhalder Sarah Termine hat. Hier links steht bei Andere Kalender Sommerhalder Sarah. Mit einem Haken kann ich diese Ansicht auch kurz wieder aus- und wieder einblenden. Ich blende sie wieder aus. Das war's.